Schönen guten Abend mein Opa und Freunde und Glück auf. Kleines Update zum Montag. Nachdem ich an mein Konto jetzt mal ran kam, nachdem ich nichts mehr wusste von PIN oder sonst irgendwas, konnte ich wenigstens erst mal Geld abheben am Schalter. So, haben wir heute geleistet. ZD, zwangsbrei von hinten, noch ein Hänger dazu. Vorne ist angeklebt, vor zwei Minuten. Hier noch ein Hänger, haben wir fünf Stunden dran. Dann den ZD mit dem Grobo. Ah, Schienenbürste, sehr gut, von Rogo, war im Angebot. Ich habe noch mal Prozente drauf gekriegt. Dann der Bauwagen, war in so einem Starterbeutel drin, wo auf dem W50 Teile und Weserteufelteile drin sind. Für die Häuser habe ich LEDs gekriegt, von Brawa aus LEDs, bei mir am Modellbahnladen, wenn ich kenne, LED-Bänder, sind keine zur Verfügung. Dann habe ich Gleisschotter noch mal geholt. Naja, diesmal ein bisschen andere Farben, aber es ist ja im Endeffekt egal. In der Natur ist es ja auch unterschiedlich. Dunkel, helle, drei verschiedene Formen, dass man restliche noch einschauen kann. Und für mein Wald nochmal Bäume, dass der Wald da hinten fertig gemacht wird. Das wird aber heute, glaube ich, nicht mehr passieren, weil ich bin leicht in Standby-Modus schon. Ich will morgen mal das Nachbarbundesland besuchen, Sachsen. Nicht arbeiten, weil bei uns ist wieder Schnee, Zeit vorn. Ich kann sie mal als Kenner-Zimmer-Dachfenster. So sieht es aus. Draußen sieht es noch schlimmer aus, aber das Dachfenster ist auch schon zu. Innerhalb von, naja, 20 Minuten ist hier alles weiß. Ja, wäre ich dann, wenn ich das Nachbarland besucht habe. Vielleicht werde ich auch ein kleines Video dazu machen, wo ich bin. Das wird dann auch erst morgen Abend hochgeladen. Aber ich denke mal, das wird schon werden. Lass dich überraschen. Und wir haben morgen dann, nee, ich denke mal eher Donnerstag, die LEDs hier hinten rein machen. In die Gebäude. Weil heute wird das nichts. Wo das dann ohne alles beleuchtet werden. Dann werde ich mal hier noch zwischendrin ein bisschen schottern. Auf dem, wo jetzt grün noch ist. Wo die Laterne steht. Und, ja, gucken, was für schönes gibt. Ich denke mal, morgen wird es noch was Neues an den Fahrzeugen geben. Aber heute ist bei mir Schicht im Schacht. Gut. Ich danke euch. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis die Tage.